Blitz ist doch scheiße Ja ich hab noch, alle überlebt Ich hab noch einen Wir haben alle überlebt, was? Ja Wir sind ja mal unter schlecht Wir alle, aber die anderen sind tot Ich hab sie umgebracht, weißt du? Deswegen sind sie tot Ich verstehe Wo ist denn der Freund jetzt? Alter, er hat einen Turrent aufgestellt, mach dir da mal wegziehen, liebe Ja, ich musste mein Leben erst refreshen Dein Leben ist doch unwichtig Echt mal ganz im Ernst, ey Denk mal ans größere Bild hier Big Picture Und eine Person es gibt, deren Leben echt mal richtig richtig unnötig ist Dann ist es Tanze mal, wenn der Typ mich nicht abknallt Ja, da kommt noch einer, der ist in der Nähe Kommt jetzt Mit seinem scheißen Schütze Gay-Schütze Gay-Schütze Der ist aber nicht geschützt Hehehe Was soll das heißen? Ja Er kann mich am Arsch lecken Ja Der Schütze ist weg Der Typ auch gleich Oh was Ich komm noch nicht hoch Du bist echt schlecht, oder? Nein, ich bin einfach bloß klein Hehehe Pinis Größe hat nichts damit zu tun, eine Flagge anzunehmen Nein, mein Körpergewicht ist klein Dein Körpergewicht ist klein Dein Körpergewicht ist klein Ja Was soll das bedeuten? Das ist doch sogar Das ist ja manchmal auch Das ist doch illegal, du weißt Ja Das muss illegal sein Ich dachte wir spielen Blitz Oh, der ist direkt unter mir gespawnt Der Punkt Wir spielen ja auch Blitz Das muss aber schön sein Weil die Tourette hat aber lange gehalten Ja, nur dass Kalt dann direkt umgebracht wurde, ne? Ja Das war dann doch eher scheiße Das ist einer und snipe von oben, Kinders Ja, der ist gleich weg Ja, dann bring den doch um Ja, ich versuch's grad, aber der ist doch mit Herz Ja komm, der ist doch weg Der ist weg, dieser Hab ich doch Ja Hat er doch Der hat ne 6er Killstreak, willst du nicht leuen eigentlich? Ja Ganz oft Tourette steht Glaub, du hast das falsch verstanden, TG, was er meintest Haha Nee Ähm Oh du Baaaaaah Sind wir jetzt wieder bei bis sexuellen Tätigkeiten? Jupp Er will dich so oft rollen, dass wir hören und reden vergeht Versteht Okay, hast du den Torrent down gebracht? Jetzt ist es da ein bisschen sicherer Hast du den Torrent down gebracht? Ja Aufgehört zu laden? Der hat neun Der ist scheiße, der Typ Der ist weg Oh Gott Scheiße ist der Das ist so ein Blutbad Ja Ja Was nehmen wir die denn ein? Warum? Ähm Punkt Ah Komm aber nicht zur Verfügung Ne Ja Zaw Das kann doch nicht sein Boah, jetzt hab ich mich angezündet Angesteckt? Los, 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 yes, wir haben ihn Schön Ich hab mein Leben geopfert Du meinst du hast einfach mal schlecht gespielt an der Flagge? Nein Nein Ich habe sie ja eingelungen Greater Good Für das Greater Good hat er sich geopfert Jo Und ich bin im Schnee verbrenne ich Oh Realismus meine Welt Oh Schöne Geschichte zu ihr Beinah in die eigene Kraft Ach Und dann runter gesprungen Nein Ich doch nicht Du bist runter gesprungen Alter ich hab's doch ganz genau gesehen Ich war doch sogar der Deathcam Du Vogel Nein Wohle je Ich bin Wohle, 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 Wohle Wohle Weißt du tot sein und noch Videos machen, Alter Das ist doch echt genau gut Oh Oh War das toll Hm Weißt du der ist auf Echt 24 Stunden am Tag ist der nur am Lügen Der ist da oben Da oben ist er Ja 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 Ich hole nur Ja Oder auch nicht Wie so ne kleine Schlampe Brenter Ah hab ich gleich Ja Typ der ist doch Scheiße ist der doch Boah Keine Ahnung Wer mit seinem Gate Tourette Ja Das ist doch jetzt schon ein Syndrom oder nicht Hm Hm Piss mich ganz Was Könnte man mal Ach komm ich nehme jetzt auch mal meine Sniper und hol den mal runter Ja hol dir mal die runter Was Ist doch kein Ding Hol Was Hol mal runter ist doch kein Ding Ja Zack Haben wir jetzt gegenseitig erschossen? Zack Alles ist rot Krass Oh Ich will Titanfall spielen Mach doch Mach doch Schau doch die Demo an oder deine Gameplays und dann Beweb die Maus dazu Hahaha Und du kannst dir auch einfach ein fremdes Letplay angucken dann weißt du auch noch gar nicht was passieren wird Jaaaa Musst du wirklich so tun als würdest du reagieren weißt du bei deinem Spiel Jaaaa Und dann ärgerst dich was du schlecht bist Jaaaa 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 Dann geh ich einfach nach rechts Bin ich drungen Ja Ich hab mich gar nicht zugehört grad Ja das ist nicht schlimm Ja Ja Typ ey Wir haben da drüber geredet die Schuhe Wo war denn das in welchem Spiel letztens wo ich dachte ich fahre und dann war es aber ein anderer Ich glaube es war GTA War denn das Immer noch der eine Punkt oder was Wo war denn das Man müsste bei dem Ding einfach nur Der geht schon wieder hier hoch Der F drücken Wieso F Bei dem Torrid ist das gleich weg Hab ich Hab ich Achja natürlich Das weiß ich doch Das hab ich dir gesagt Ich schlafe Jaaaa Oh nein Ich verbringe mich selbst Hm Oh nein Das war echt gut gemacht Ja Den hätten wir eingenommen Hätten wir Hätten wir eingenommen Boah Ne hätten wir nicht Der ist aber stark entkämpft jetzt alter Jo Ist ja schlimmer als ne Als ne Als ne Als ne Als ne Als ne Was heißt die Virgin auf Deutsch? Meine Fresse Jungfrau Ah danke Bist du nicht Jungfrau? Komm Sternzeichen hier Ja? Ja Weißt du wer denn auch Jungfrau ist? Mhm Nein Doch Wer? Du weißt schon Nein Äh Maria Ne das sagt die bloß ab ihr dummer Vater glaubt ihr das Ja 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 Ach du kennst Marias Vater? Ja ich wollte gerade sagen warum solltest du ja schon wieder mein Vater hängen Interessant Ja Bist du der Typ oder was mit dem sie Ist Warte mal ist Maria die dritte? Ah jetzt haben wir das doch tatsächlich noch verloren Das kann doch nicht sein weil wir immer so scheiße labern ey Alter weil Das sagt uns Jungfrau Ja Immer so sinnloses Zeug das gar keinen Sinn ergibt Mhm Ja Wie mit 900 Oh was siehts aus Mein Windows schmeißt mich Danke Windows Das du Ach weil ich angeschrieben werde auf Ah ist das wichtig Origin Deswegen ist mein Ach ich dachte auf deinem neuen Teamer oder wie auch immer das Ding heißt Ne ich hab mich da nicht geholt Kannst du gelbes Fausse Doch 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 Ich hab auch Rotzap nicht Mehr Gehabt die letzten 10 Jahre Vor allem Ist das scheiße Weil mit gewissen Tupi hat sich nämlich Also kommt aus der Zukunft Was? Oh das ist ein schönes Lied Ich sagst du du kommst aus der Zukunft Verstehe ich nicht Hab ich gegenwärtig nicht verstanden Das war doch vor dem Es gibt doch noch keine 10 Jahre Rotzap oder? Äh Ich hoffe nicht Oder etwa Tupi Es gab es ziemlich früh Also ich glaub ich hab das mit dem ersten iPhone schon gehabt Ich glaub 2005 ist das erste iPhone rausgekommen Ja Ne war es nicht 4? Ne das iPhone 1 kam zuerst nicht das 4er Ach shit hätte ich wissen können Ja oder Hätte man drauf kommen können Ja Ja Wenn man mal logisch denkt Ja Nicht jedermanns Stärke Ne Nicht jeder hat Logitech Ja Ich hab Logitech Ist ja logisch Ich hab tatsächlich auch Logitech Ich auch als Kamera Ja Ja cool Äh ich auch Stimmt Speichern wahrscheinlich mein Gesicht Ja die ganze Zeit Ja du hast ja 1080p Kamera Ja ist voll geil Ja Damit man Deine Visage noch besser sieht Ja Ja Noch besser schlechter ertragen kann Damit man auch weiß was man nicht ertragen kann Ja Oh nein Den kauf ich mehr Ah ne ich hab nicht mehr genug Geld Ja Ich sehe was du da hast Hab ich Hab ich Haben wir Jawohl Ich bekam gerade ne Gänsehaut Weil der mir zu schlecht war Hahahaha 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 Laufen bei dem Spruch Hahahaha Und ich dachte weil du nur ein Chicken bist Chicken? Ja wegen Gänsehaut weißt du? Na ja Im Sinne von Ne Weichheiten Chicken Weichheiten Wallern Äh Hahahaha Ich weiß Was das sagen wird Da ist ne Tourette Hab ich Alter Da war ne Tourette Der verfickte Sniper Der hat doch auch Ich tanze Ich tanze Ich tanze Ich tanze auch Der hat doch auch mehr als Äh Level 1 hier Seine Waffe Ja Ja Das Matchmaking ist auch Level 1 halb Ja ich glaub Wann kannst du es nicht mehr machen? Das Matchmaking? Ich tanze Und den Punkt Boah das ist da oben Los Jordan Lasse wenn du tanzt hast du ihn Ich tanze auch Es sieht aber keiner Jaa Ich tanze auch Ja aber es bringt nichts wenn da Leute neben dir stehen Im Trance Da ist das Umringen echt krass wichtiger Und das Umhüpfen Dass du möglichst lange den Blockierst Da war drei auf einmal Ich hatte keine Chance alleine Jaa Hat Jordan auch Daisy Nein Oh Hab ich mir nicht gekauft Ja Ist mir zu Thöya Ah Ja Stand und so Ja 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 kann ich Heißt du ich muss dir ja Studiengebühren und so zahlen Ja Krieg ja dann Ja Ja Ach jetzt haben sie den Tanz doch raus ja Nee Das ist unsers Hab ich Hab ich Na komm Na komm Tanzt ruhig ohne mich Tanzt ruhig ohne mich Tanzt ruhig ohne mich Tanzt ruhig ohne mich Tanzt Der tanzt nichts Oh ich bin whack Boah wie hier die Raketen tanzen Alter, wie er auch überall nur gerömmst wird, äh, krafte Geschichte. Die holen das gerade, Genass, die holen das gerade. Ja, ja, ja. Ihr seid, ja, weiß nicht. Wie sagt man das nett? Scheiße. Ach wie, haben wir den noch nicht verloren, krass? Ja, ist unsere. Nein. So, Tourette ist weg. Los, hol den, hol den, hol den. Ist aber auch ein Bildepunkt, auch von allen Seiten. Ja. Komm schon, haben wir, haben wir, haben wir. Oh, ich war noch dabei, yes. Ja, ja. Ganz toll. Ja, aber auch ein bisschen Glück gerade. Oh, nice. Ja, war ja. Das gilt. Ja. Das gilt. Ja, das gilt. Das gilt. Das gilt nicht. Nee. Oh mein Gott. Distraction? What the fuck? Ich hab für Distraction, hab ich Punkte bekommen. Okay, tanz Schlampe, tanz. Ah, der hat da wieder ein Tourette aufgestellt. So Schnuppe, hab ich. Doch, ist Leben. Ist das ein geiles. Perfect Capture. Geil, ey. Ach, das macht mich so an gerade, dass du das so schnell, dass du mit deinem Daumen, alles. Alter, ich hab ein Thumbs up für diesen. Ach guck mal, ich bin genau drüber. Hallo. Oh. Oh, ey. Dieses Tourette Ding ist doch das gayste, was du haben kannst. Die haben den. Ja, die haben den. Ja, den haben wir. Hammer. Ein Typ hat das gemacht, Alter. Timmy. Timmy? Was? Timmy. Hey. Was war denn das denn mal? South Park. South Park. Före ich nicht. Ja, ich auch nicht. Finde ich doof. Ich find's auch doof, aber das kenn ich. Ja, ja. Ich hab die eine Folge gesehen mit dem Weihnachtsbrot. Alter, das kann doch auch nicht wahr sein, weißt du? Dieser Typ hat die übelst krasse Knarre und hat dann auch noch diesen Tarrant. Ja. Ja, deswegen hat er die Knarre zweimal. Wir sind alle drei. Alle und ich bin alleine. Ich bin auch da. Na also, es geht ja. Warum nicht gleich so? Natürlich geht das. Er ist Bester. Ach komm. Eigentlich war ich Bester, aber dann haben sich so zwei Leute vorgedrängt. Ja. Nervt schnell dieser Move, ne? Ja.